Hallo YouTube, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video von mir. Und zwar ist das ein TeamSweek Vlog. Und zwar habt ihr bestimmt mitbekommen, dass seit knapp 10 Tagen mein TeamSweek offline war. Das liegt einfach daran, der Hoster, der das vorher gehostet hat, hatte einen Fehler im Impressum. Und dann ist TeamSweek auf ihn zugekommen und hat gesagt, ihr müsst leider die Server abschalten, weil das Impressum nicht korrekt ist. Und der hatte das wohl für die Schweiz eingerichtet. Und dementsprechend war das irgendwie Deutschland nicht richtig. Da war wohl irgendwie ein Fehler drin. Und dementsprechend habe ich jetzt einen neuen TeamSweek Sponsor. Der TeamSweek IP ist ganz normal unten in der Beschreibung drin. Und ich poste den auch, glaube ich, nochmal in den Kommentar rein. Wenn ihr die Rechte wiederhaben wollt, beziehungsweise auch die Clanschände, das heißt, die ganzen Leute, die die Clan-Channel bei uns hatten, bestimmt vier oder fünf Clans, die Channel hatten, die müssen einfach wieder auf mich zukommen. Und wenn ihr die Rechte haben wollt, zum Beispiel einfach bei Killer Mage melden oder bei mir melden und natürlich auch bei den neuen Supportern, die jetzt wieder erstellt worden sind. Das heißt, ihr kriegt die ganz normalen Rechte wieder, welchen Rang ihr habt, welchen Alter ihr habt. Und dementsprechend hoffe ich es, dass dieser TeamSweek Sponsor ein bisschen länger durchhält. Der ist seit zehn Jahren aktiv. Das heißt, seit zehn Jahren sponsert der TeamSweek-Server. Und ich hoffe, dass da auf gar keinen Fall Probleme irgendwie rumkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Max und Jupp. Ciao.